Wir sind im Martins Hörnchenmuseum, wo man erfahren kann, wie diese Posner Spezialität hergestellt wird. Da sind leckere Hörnchen aus dem Hefeteig, gefüllt mit dem weißen Mohn, die man nur in Posner backen und kaufen kann. Vor allem am 11.11., also am Martins Tag, werden sie verkauft und verspeist. Zwei Millionen Hörnchen nur an diesem Tag, aber in guten Konditoreien, die ein spezielles Zertifikat haben, sind sie das Ganze überzubekommen. Zwei Millionen Hörnchen